Musik 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 Meine Sachsenbank, Maren Müller am Apparat. Hey Maren, wie geht's dir? Tom, schön was von dir zu hören. Ähm, ich brauche Geld. Äh, ich mag das morgen, ja? Ich muss dazu mit Frau Ceylan reden, die ist schon weg. Ich dachte, du magst die nicht. Am Anfang nicht. Diese Ordnung wird bis morgen fertig gemacht. Richtig nett. Wir treffen uns nachher. Wie weit sind Sie denn schon, Frau Müller? Oh, wir brauchen noch ein bisschen. Den Rest mache ich dann. Sie können schon gehen. Okay. In der Stadt hast du dich aber auch nicht wohlgefühlt, oder? Die Häuser waren riesig und die Bahnen oft überfüllt. Die Bahnhöfe waren total verwirrend. Ich will mich jetzt zu Hause, weißt du? Ich rufe dich morgen nochmal an, in Ordnung. Ciao. Jo, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020